Das X-Trayer. 42.790. Sehr in Ausstattung. Das können Sie später so in Beschreibung. Nun kommen wir zum Fahrzeug. Sehr geräumig. Das ist extrem. Automatik. Sie haben es alles hier. Und wir können so ein Handy laden. So. Ein bisschen durch Sport hier. Hier können Sie doch etwas gewahren. So. Hier ist der ganze Modus. Nein, ich habe Sport und alles. Und? Hier ist der Grund. So. Distribution. Elekt. Also. Automatik hier. Rückwärts. Noch gleich. Also wenn Sie so stehen. Und. Vorwärts. Und. Handbremst. Also Handbremst. So. Hier. Sie haben die Stadt. So. So. Sie haben hier noch. Die Steckern. Die Steckern ist. kasch古. Ja. Die Tür gehen über 90 Grad. So, wir können dann einsteigen. So, wir können dann einsteigen. So, wir können dann einsteigen. So, wir können dann eine Art Schleppel. So, wir können dann einsteigen. So, wir können dann einsteigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier noch zu befestigen hier haben wir noch eine Ablage und was Leichtes hier haben wir noch eine Ablage hier 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 die 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 rative hier 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.